Hallo meine Lieben, ein außerirdisches Raumschiff befindet sich im Orbit unserer Erde, entdeckt von zwei renommierten Astronomen. Die NASA macht sich gar momentan bereit dazu, es zu erkunden. Diese gigantische Sphäre, wie sie schon in einem nun entdeckten antiken Dokument beschrieben wird. Dieses berichtet nicht nur, wie das Raumschiff erbaut und in unserem Orbit platziert wurde, sondern auch, wer seine Baumeister waren. Das verblüffende tausende Jahre alte Wissen um das seltsame Objekt in unserem Orbit, was es so besonders macht, wann genau die NASA eine Sonde zu diesem Schiff schicken will und vieles mehr, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Seit Jahrzehnten suchen wir das Universum ab. Wir schicken Sonden zu den Monden und Planeten unseres Sonnensystems. Mit unseren Radioteleskopen horchen wir das All ab. Alles dreht sich nur um diese eine Frage. Gibt es dort draußen noch anderes Leben? Etwas, das uns zeigt, wir sind nicht allein. Milliarden werden ausgegeben, um diese Frage zu beantworten. Für den Blick in fremde Sternensysteme. Weit entfernte Sonnen mit ihren Planeten. Doch ist dies überhaupt nötig? Müssen wir in die Ferne schweifen, um die Anzeichen einer außerirdischen Zivilisation zu finden? Oder entdecken wir sie ganz nahe bei uns? Geht es nach zwei renommierten Forschern, ist genau dies der Fall. Dort draußen, nur einen Katzensprung entfernt, befindet sich ein außerirdisches Raumschiff. Ein gigantisches Objekt, das schon die alten Chinesen in ihren Büchern dokumentierten. In einer antiken Schrift. Nun entdeckt und mit Wissen gefüllt, dass sie ihn nicht hätten haben dürfen, gar beschreiben sie die Erbauer dieser orbitalen Station. Ein außerirdisches Raumschiff umkreist die Erde. Ein gigantisches Konstrukt, einst erschaffen von einer fremden Zivilisation, von einem fremden Stern kommend. Seit Millionen von Jahren befindet es sich in einem fernen Orbit, umrundet unseren Planeten in aller Regelmäßigkeit, auf einer stabilen Umlaufbahn. Diese Aussage stammt nicht etwa von Romanautoren oder Filmemachern, sondern von zwei hoch angesehenen Wissenschaftlern. Schon in den 1970er Jahren erregten die Astronomen Michael Vassin und Alexander Tscheberkov von der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften mit dieser Aussage aufsehen. Dabei basiert ihre Annahme auf weitaus älteren Aufzeichnungen. Doch dazu später mehr. Laut den Aussagen der beiden Wissenschaftler ist dieses Raumschiff mehr als nur riesig. 1.737 Kilometer in seinem Durchmesser, rund 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Es sei ganz unverkennbar eine Schöpfung einer außerirdischen Rasse, einer Zivilisation, die weit fortgeschrittener ist, als wir Menschen es sind. Viel zu eigenartig, um natürlich entstanden zu sein. Ein dicker, metallischer Panzer umgibt dieses Raumschiff, bedeckt von Staub und Stein. Eine nur recht dünne Schicht, womöglich eine Art Tarnung. In seinem Inneren aber erstrecken sich zahlreiche Kammern. Ein gigantischer, hohler Raum, womöglich um die, die es erbaut haben, zu transportieren. Ein Generationenraumschiff. Das, was die sowjetischen Wissenschaftler beschreiben, ist uns natürlich nur allzu gut bekannt. Schließlich sehen wir diese außerirdische Arche jede Nacht am Himmel. Es ist unser Mond, der allabendlich den Sternenhimmel dominiert. Und die Beweise, dass dieser etwas ganz anderes sei, finden wir nicht nur in der neueren Geschichte, sondern auch in der fernen Vergangenheit. Was macht unseren Mond zu etwas, das sich kaum einer vorstellen kann? Wie lauten die neuesten Annahmen zu unserem Trabanten? Was verrät uns eine nun entdeckte antike Schrift? Wie werden in ihr die Erbauer des Mondes beschrieben? Vassin und Scherbakov ernteten für ihre Annahme, der Mond sei eine Raumstation, viel Spott von ihren Kollegen. Ihr Artikel ist der Mond, die Erschaffung außerirdischer Intelligenz. Im Fachmagazin Sputnik sorgt dennoch bis heute für zahlreiche Spekulationen. Ihre Argumente für eine künstliche Erschaffung des Mondes sind den meisten heute gut bekannt. Große Mondkrater, offiziell durch Meteoroideneinschläge entstanden, sind viel zu flach, teilweise gar konvex. Meteore müssten bei ihrem Einschlag auf den Mond auf eine feste Hülle gestoßen sein. Eine auf den Mond abgestürzte Stufe der Apollo 14 Mission ließ unseren Trabanten stundenlang wie eine Glocke erklingen. Mondgestein sei viel älter als Gestein auf der Erde. Dies widerspreche der Annahme, dass Erde und Mond etwa zur gleichen Zeit entstanden seien. Und dann ist da auch noch diese Perfektion in seiner Position. Als wäre er ganz bewusst an die Stelle platziert worden, wo wir ihn allabendlich sehen können. Schon 1965 bemerkte der berühmte Science-Fiction-Autor Isaac Asimov. Was eine totale Sonnenfinsternis so bemerkenswert macht, ist der bloße astronomische Zufall, dass der Mond so perfekt über die Sonne passt. Der Mond ist genau groß genug, um die Sonne vollständig zu bedecken. Es gibt überhaupt keinen astronomischen Grund, warum Mond und Sonne so gut zusammenpassen sollten. Der Astronom J.W. Richards glaubt gar, dass die Bedingung für eine perfekte Sonnenfinsternis zwingend erforderlich ist, damit sich intelligentes Leben auf einem Planeten entwickeln kann. Also doch kein Zufall. Gibt es einen Grund, warum wir seit genau 50 Jahren keinen Fuß mehr auf den Mond gesetzt haben? Und was bedeutet die Rückkehr zu ihm? Eine bemannte Mondmission, deren erster Erkundungsflug in wenigen Tagen beginnt? Eine Antwort darauf könnte uns eine nun entdeckte antike Schrift geben. Aus China stammend beschreibt sie nicht nur den wahren Ursprung des Mondes, sondern auch, wer seine Erbauer waren. Yoyang Sasu, ein historisches Dokument aus dem 9. Jahrhundert, geschrieben vom chinesischen Gelernten Duan Chengchi. Ein wirklich seltsames Buch. Versehen mit Tätowierungen beinhaltet es 1300 Einträge, unterteilt in 30 Bänden. Dabei beinhaltet es ein Wissen, das die alten Chinesen nach heutiger Erkenntnis unmöglich hätten haben dürfen. Duan Chengchi erzählt sowohl von seiner Gegenwart als auch von der Vergangenheit, darunter die Erschaffung des Mondes, durch mysteriöse Gestalten. Während der Herrschaft von Wenzong im Jahr 809 bis 840 ging der jüngere Bruder von Wang Sukzai und Zengrenben zum Berg Songshan und verirrte sich. Die Reisenden fragten einen Bürgerlichen, der sich am Straßenrand ausruhte nach dem Weg. Gleichzeitig wurde der Mann gefragt, woher er denn komme. Der lachende Mann sagte ganz unerwartet, meine Herren, wissen Sie, dass der Mond aus sieben Schätzen besteht? Der Mond ist wie ein leerer Ball. Das Licht der Sonne wird von seiner Oberfläche reflektiert. Er wurde von 82.000 Familien gebaut. Ich gehöre einer dieser Familien an. Dann hat er den Adeligen den Weg gewiesen und verschwand plötzlich ins Nichts. Dieser märchenhafte Abschnitt verbirgt viel mehr, als auf dem ersten Blick erkennbar ist. Beschreibt es doch das, was erst Jahrhunderte später als gesichert galt. Der Mond selbst sendet kein Licht aus, sondern reflektiert lediglich das der Sonne. Er besitzt eine Albedo von 7% unseres Sterns, sein Rückstrahlvermögen. Doch wie ist es möglich, dass die Menschen der Tang-Dynastie dies wussten, vor mehr als 1100 Jahren? Auch die Aussage, der Mond sei wie ein leerer Ball, passt perfekt zu den heutigen Theorien. Der Mond sei im Grunde hohl. Eine gigantische Raumstation. Ein außerirdisches Raumschiff, das von 82.000 Familien erbaut worden ist. Doch wer oder was war das Wesen, das den Adeligen davon berichtete und sich dann so plötzlich in Luft auflöste? Das Yu-Yang-Sazu-Buch berichtet noch genauer, wer diese Erbauer waren. Es nennt einen Mönch, wie er beschrieben wird. Ein Mitglied dieser Familien, die den Mond im Orbit der Erde platzierten. Er berichtet über seine ferne Vergangenheit, Millionen Jahre zurückliegend. Zu dieser Zeit war die menschliche Zivilisation sehr viel weiter fortgeschritten. Große Städte und kolossale Strukturen prägten das Bild der Erde. In der Luft schwebten riesige Schiffe für tausende von Passagieren. Sie waren im Besitz einer Technologie, die wir heute wohl Antigravitation nennen würden. Dank dieser fortschrittlichen Technik sollte ein Himmelskörper geschaffen werden, der die Nacht erhellen würde. Doch allzu hell sollte er nicht sein, nur einen kleinen Teil des Tageslichts abbilden, um den nächtlichen Schlaf nicht zu stören. Schließlich begann das größte Projekt, das es jemals gegeben haben sollte, die Erschaffung des Mondes. Der Mönch sei damals Ingenieur und am Bau des Mondes beteiligt gewesen. Als solcher könne er auch erklären, aus was unser Trabant beschaffen sei. In seinem Kern befinden sich viele Energiemechanismen und Geräte, die sehr präzise konstruiert worden sind. Zwischen diesem Kern und der äußeren Hülle ist nichts, weite Leere. Die Hülle selbst bestehe aus metallenen Platten, mehrere Kilometer dick. Nach Jahren kontinuierlicher Arbeit vollendeten die Menschen ihren Bau. Ein Teil der Oberfläche des Mondes wurde poliert, um das Sonnenlicht zurück zur Erde zu werfen. Seine Rotationsgeschwindigkeit wurde so eingestellt, dass die polierte Fläche immer dem Planeten zugewandt ist. Es sollte jedoch das letzte große Projekt dieser anderen Menschheit sein. Der Mönch berichtet, dass mit dem Vergehen der Jahrhunderte die Menschheit immer weiter zerfiel. Ein geistiger und moralischer Verfall. Der technologische Fortschritt seiner Zivilisation führte zu immer knapper werdenden Ressourcen. Die Umwelt litt enorm darunter. Der Planet Erde erlitt umfangreiche Schäden. Für seine langlebige Generation fatal. Von Jahrhundert zu Jahrhundert entwickelte sich der Mensch zurück. Bis hin zu einem Punkt, als die Geschichte des Menschen, wie wir sie kennen, wieder von Neuem begann. Die Geschichte um die Erbauung des Mondes wurde schließlich nur noch zu einer Legende. Es ist wirklich erschreckend, wie viel Wissen in diesem 1100 Jahre alten Text steht. Aufzeichnungen, die aus einer viel weiter zurückliegenden Vergangenheit stammen sollen. Selbst wenn wir diesen Text nur als Märchen abtun würden. Die Tatsache, dass der Mond nur das Licht der Sonne reflektiert, uns immer nur die eine Seite hinwendet. Es eine dunkle oder, wie es das Buch nennt, nicht polierte Seite gibt. Es bestätigt auch die Annahme von Clive R. Neal, einem Professor für Geologie an der University of Notre Dame. Dieser vermutet, dass sich im Inneren des Mondes eine hohle metallische Kruste befindet. Bedeckt von einer losen Schicht. Mit einer Dicke von 16 bis 32 Kilometern. So, wie es auch die chinesische Aufzeichnung erklärt. Schließlich, dass der Mensch an einem Punkt kam, als die Ressourcen des Planeten nicht mehr für alle seine Bewohner ausreichten. Der geistige und moralische Verfall, den heutige Soziologen durchaus auch in der heutigen Gesellschaft sehen. Wie ein sich ständig wiederholender Prozess, die Zukunft anhand der Vergangenheit prophezeit. Wir müssen uns also fragen, ist es wirklich nur ein Zufall? Oder steckt mehr hinter der Legende der 48.000 Familien, die einst unseren Mond erschaffen haben wollen? Nach monatelanger Verzögerung könnte der erste Schritt zur Beantwortung dieser Frage in wenigen Tagen gemacht werden. Die erste Mondmission nach 50 Jahren, Artemis I, startet am 16. November. Um 7.04 Uhr morgens soll die Raumkapsel Orion mit der Trägerrakete SLS starten. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Vorerst noch unbemannt. Noch in diesem Jahrzehnt soll dann wieder ein Mensch auf dem Mond landen. Artemis III soll irgendwann nach 2026 vier Menschen unseren Trabanten erkunden lassen. Wahrscheinlich aber erst um 2029. Exakt 60 Jahre nachdem Neil Armstrong das erste Mal den Mond betrat. Doch war er wirklich der erste? Was haltet ihr von den vielen anormalen Eigenschaften unseres Mondes? Ist der etwas ganz anderes? Was werden die vier Astronauten vorfinden? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.